Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios und einer neuen Folge Creativerse. Hier sind wir mittendrin in unserer neuen Welt. Hier wächst hoffentlich schön der Honig. Und hier haben wir noch eigentlich so Greenbeand. Ne, aha, haben wir doch in der Kiste. Aber wir sind gerade hier dabei unser Haus zu bauen. Was jetzt schon gute Formen angenommen hat, wie ich finde. Da oben brauchen wir noch einiges an Holz. Was wir nicht mehr haben. Deswegen müssen wir hier direkt... Da haben wir Stein. Die Platten haben wir. Sticks brauchen wir. Den machen wir doch mal ein Pass. Ach ne, Sticks habe ich auch. Wann mal, jetzt sag weg damit. Was brauchen wir denn da? Den nicht. Den wollten wir noch machen. So viel ist es gar nicht mehr, was wir benötigen. Nämlich hier oben noch den Rand. Dazu hüpfen wir jetzt mal hier hoch. Nehmen wir mal nur das Holz. So. Und dann können wir hier nämlich... Das mal durchtauschen. Und das war es eigentlich schon, was hier oben noch gefehlt hat, ne? Ja. Dann können wir schon wieder runter. So, hopp, 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 hopp. Habe ich denn Erde? Ne, Erde habe ich gar nicht. Aber es sieht doch schon ganz vernünftig aus. Jetzt müssen wir uns natürlich noch eine Sache überlegen. Warte mal. Habe ich hier noch Platz drin? Ja. Ich lasse das jetzt mal alles hier. Hm, wie auch. Kann ich mir eigentlich schon Exhalatoren bauen? Die guten. Ne, dazu fehlt mir wahrscheinlich noch der Handschuh. Dazu müssten wir hier mal ein paar Platten machen. Machen wir mal. In der Zwischenzeit gehen wir nämlich mal da drüben in die Wüste. Also auf die Insel. Ich will nämlich... Ist hier auch noch eine Höhle? Boah, cool. Ich will mir das da drüben mal anschauen. Und da ein bisschen Sand klauen. Hier haben wir sogar noch Holz. Das können wir mal mitnehmen. Schnell wieder auftauchen. Ist ja ein richtiger tiefer See, vor allen Dingen. Ja, aber ich bin jetzt eigentlich hier mehr an dem Sand interessiert. Und vielleicht da oben direkt die Canyonstones mitnehmen. Damit wir alle Rezepte einmal freikriegen. Ach, ist das Sand oder Sandstein? Warum kann der denn... Ach nee, das ist ja nicht wie beim Minecraft. Gut, hier kommt jetzt keiner. Doch, da oben ist einer. Okay, wir gehen mal hier ein bisschen seitlich davon. Ah, der kommt... Nicht hinterher. Ach, da ist noch eine Krabbe. So, hier kriegen wir jetzt auch nichts freigeschaltet. Aber wir haben es mal in petto. Das ist die Hauptsache. Und Sand brauchen wir ja für das Glas. Deswegen sind wir hier. Glasreibe. Schön abtragen, das ganze Ding hier. Wie viel haben wir? 32. Guck mal hier. Was haben wir da noch? Kriegen wir auch nichts freigespielt. Dafür auch nicht. Ich will eigentlich nach ganz oben. Oh, das ist echt nur eine einzelne Insel. Auch richtig cool. Muss ich ja zugeben. Ich will da oben an den Stein. Komme ich da von hier aus ran? Geh weg. Okay, da kommen wir wohl nicht drum rum. Nee, der will nicht. Die wollen nicht kämpfen. Die haben Schiss vor mir. Da ist nur da oben auf der Spitze. Oh, da gucken wir mal hier. Vielleicht finden wir da ja was Schönes. So weit werden... Aber wir hatten eine schöne Aussicht. Wenn das dann fertig ist, eine schöne Halbinsel da. Ich bin da nicht... Das ist ja echt hier oben angekommen. Na komm her. Trau dich doch. Aua. Boah. Shit. Nein. Huhuhu. Das war echt eng. Okay, aber ich glaube, wir haben das, was wir einfach haben wollen. Können wir hier noch ein bisschen Sand mitnehmen. Was ist das? Was ist das für ein Neustorn? Auch nicht schlecht. Aber ich wollte ja wirklich nur, den Sand. Und da sieht es immer noch natürlich aus. Ist ganz schön gefährlich, die Ecke. Nee, nee, nee. Da liebe ich mir doch mein friedliches Dasein hier auf diesem kleinen Kontinent. Ich hätte auch den Sand einfach aus dem Wasser holen können. Aber ich dachte, ich kriege eventuell was dafür, dass ich es abbaue. Also ein bisschen von den Canyon Stone. So, nehmen wir mal noch den nächsten. Wer weiß, wann wir ihn wieder brauchen. Zack. Sie sind auch fertig. Können wir mal rein praktisch brauchen wir natürlich noch mehr Obsidian. Und hier noch mal ein paar Stempel. Ähm. Wie da. Machen wir mal so. Ich habe keinen Obsidian mehr. Mist, verdammt da. Muss ich mir noch mal welche von den normalen machen. Und hier noch mal ein paar Stempel. So. Da haben wir nämlich die Fensterchen. Nee, hier war ich doch richtig. Wir müssen jetzt aber überlegen, was machen wir für Dach. Also ich bin eigentlich dafür. Mein Lieblingsdach ist halt das Strohdach. Das ist so gelähmt. Hm. Weiß wäre übertrieben. Nee, ich glaube, wir machen wirklich das Strohdach. Dafür brauchen wir Honig. Dafür brauchen wir Dianen. Und halt aber auch. Na, das kann man schon mal abbauen. Äh. Jede Menge Stroh. Und das kriegen wir halt hier vom Bäumchen. Ich glaube, dazu nehmen wir auch den Baum dann weg. Den Rest haben wir ja alles, was wir haben wollen. Habe ich noch Kohle? Dann könnten wir eventuell vielleicht doch noch mal kurz erstmal in die Höhle gehen. Ich habe keine Kohle. Habe ich andere Fackeln? Auch nicht. Habe ich da Fackeln? Auch nicht. Habe ich da Kohle? Da habe ich Obsidian. Ha! Ich mache mir hier Sorgen. So. Mache ich nur mal die zwei und hier mache ich mal ein bisschen Fackeln. Okay. Dann. Dann, dann, dann. Ich habe echt keine Erde hier. Aber wie können wir das hier rausnehmen? Und damit bauen wir uns jetzt gleich mal. Wow, müssen wir auch nicht. Wir nehmen einfach nur den hier mit. Der sieht sowieso ein bisschen komisch aus. Dann haben wir eigentlich auch genug für unser Dings, würde ich sagen. Für unser Dach. Für den Anfang zumindest. Ich nehme mal hier auch ein bisschen Erde mit. Hatte ich ja auch noch nicht, dass ich nie Erde habe. Weil es einfach schon so eine schöne Graslandschaft war. Kann ich mir aber hier schon mal die Pilze rausnehmen. So. Ist hier auch Pilze drin? Nee. Dann können wir hier mal Stroh machen. Zack, 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 zack. Einiges an Stroh. Das sollte auch noch. Der ist schon durch. Den können wir hier jetzt den Handschuh machen. Nein. Gott meint's nicht gut mit uns. Dafür brauchst du vier für die Attack Church. Auch heftig. Oh, da kriegen wir direkt den ganzen anderen Boden. Aber mir reicht ja erst mal das hier. Und da kriegen wir auch das Strohdach direkt freigeschaltet. Nein, also. Was bleibt denn hier? Wir haben noch jede Menge Honig. Können wir auch erst mal hierbleiben. Da kann ich erst mal nichts mit anfangen. Ein Dach brauchen wir einiges. Damit wir damit wenigstens schon mal durchstarten können. So. Auf geht's. Auf in den Kampf. Auf zum Krampf. Besser gesagt. Jetzt müssen wir doch nur gucken, wie wir, inwiefern wir das hier bauen. Ich würde sagen so. Und hier werde ich mal nur einen rausgehen. Ich finde, dass die beiden da oben rüber gucken echt cool. Oh, ne. Da hin. Sieht doch schick aus. Passt auch gut zusammen. Na, hier muss ich mir noch überlegen, was ich hier genau draus mache. Wie ich den Eingangsbereich gestalte. Oh, zack, 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 zack. Dahin und dahin. Ein ziemlich modernes Bio-Haus. Ich möchte da eigentlich eine kleine Unterbrechung drin haben. Schon. So, ich weiß nicht. Hier nochmal so eine Spitze. Eventuell. Aber erstmal machen wir hier die Rückseite. Nee, da hin. Und die wird lang. Und ich nehme an, dann wird es auch schon wieder alle sein. Also es wird nicht mal reichen für beide Spuren. Bin ich ganz fest der Überzeugung. Na? Mal lieber erstmal hier das Haus fertig haben, bevor wir hier irgendwelche großen Experimente starten. Wir brauchen einen Zufluchtsort, wo wir nachts was machen können. Das ist ganz wichtig. Ein eigenes Heim. Das Eigenheim. Dachbauen ist nie so spannend. Da ist es schon alle. Ja, sage ich ja. Reicht nicht für beides. Ich habe das zu weit weg gebaut. So. Das wird trotzdem auch die Liaren werden nicht reichen. Siehste? Da hört es schon auf. Dreck. Ich nehme mal hier ein so ein Fenster bauen. Ja, ich kriege mal nämlich die Stone-Fensters freigeschalten. Dazu brauchen wir nochmal. Wir müssen das ja alles nachher erstmal freischalten. Deswegen müssen wir alles einmal gebaut haben. Dann wollen wir hier nochmal die Stein-Fenster bauen. Was brauchen wir denn eigentlich für die Lagerstelle? Da haben wir die Gitter-Fenster. Dazu brauchen wir denn aber Eisen. Das Feuer finde ich ziemlich cool. Das muss ich auch mal bauen. Ah, nicht weglaufen. Na, haha. Oder? Nee, ich habe ja. So. Zack. Wir müssen uns auch noch eine Form der Tür überlegen. Wir werden ja wahrscheinlich dann auch auf eine Holztür zurückgreifen. Glas habe ich ja jetzt auch schon, ne? Ja. Das kommt nämlich hier so rein. Na, ob ich hier das ganze Länge machen will, weiß ich noch nicht. Was habe ich denn hier gemacht? Ach, deswegen hatte ich wahrscheinlich auch gehört zu bauen. Da braucht hier noch den Nullstone. So. Das hat wohl nicht gereicht, nicht? Das Holz und das Glas reicht natürlich auch nicht, da ich das, weil wir jetzt die Scheiben gemacht haben. So. Ist das dicht? Jetzt muss man aber wieder hier hochkommen irgendwie. Dazu nehmen wir uns mal ruhig das Holz. Das beansprucht halt den Handschuh auch nicht so sehr. Muss man ja auch mal bedenken. Zack. Ein wichtiger Aspekt, umso länger hält er. Weil die halten nicht ewig. Leider Gottes. Alles eine Haltbarkeitsdatum. Wie gesagt, hier überlege ich, ob ich mir nicht vielleicht so einen Spitzdach reinknalle. Nehmen wir mal rein, theoretisch. Wenn nicht sogar hier. Das heißt, nee, hier wäre kack. So. Da war ein sehr kleines Spitzdach. Dann lassen wir es, glaube ich, doch weg. Ziehen wir das lieber durch. Da ist ein Schwein drin, oder? Kam das her? So. Schlecht aber mit so einer Unterbrechung. Muss ich mir mal überlegen. Wie ich das mache, wie ich es lasse. Ah, na. So. Schickes Haus. So, packen wir das hier mal mit runter. Denn hier kommt ja jetzt wieder Linol Stone. Und das Holz, dementsprechend. Und hier jetzt. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ein bisschen haben wir auf jeden Fall noch übrig. Zack, zack, zack. Mal kurz überschauen. Ich hatte gerade schon Angst, dass er nicht aufnimmt, weil es mir nicht angezeigt wurde. Aber das war nur die Tastatur. Entschuldigung. Da hinten und da hinten. Hier wäre dann rein theoretisch diese Zweifel. Wo ist das? Könnte man überlegen, ob man nicht sogar noch eine zweite Etage reinsetzt. Und das vielleicht sogar abflacht. Ganze Sache. Muss ich mir mal überlegen. Da haben wir noch ein bisschen Spielraum. Erstmal muss das hier hin. Damit wir hier drin sicher sind. Das ist die Hauptsache. Ach, guck mal hier. Fast durchgelaufen. Aber irgendwie will er mich auch nicht auf die eine Ebene lassen. Ja, nur für die Rückseite reicht es halt nicht mehr. Nee, da kommt nix hin. Hier können wir ein, zwei draufsetzen. Sehr schön. Es nimmt doch Formen an. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, alle. Ach nee, ich habe noch 19 Stück. Oh, 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 oh. Wahnsinn. Ich mache mal hier oben dann ein Schlafgemach hin. Vielleicht machen wir dann auf der Rückseite auch eine Terrasse. Ich weiß es noch nicht. Muss ich mir noch alles überlegen. Und wie viel Platz wirklich dann hier drin ist. Das wirkt jetzt halt groß. Aber da kommt ja noch ein Boden rein. Oder muss ja noch ein Boden reinkommen. Hat genau gereicht. Wahnsinn. Krunsch nicht so rum. Gleich noch ein bisschen Glas. Dass ich das alles aufgebraucht habe, hätte ich jetzt nicht gedacht. Mit so ein bisschen. Das sind die Standardtüren, ne? Da kriegen wir die Stone Door. Wir können auch einmal produzieren. Dann müsstest du da hin. Machen wir mal rein. Einfach hier, dass wir hier ein paar Türen drin haben. Oh, da geht's los. Boah. Komm. Ohne mich. Gut. Wo ist der denn schon wieder durchgeflutscht? Ja, die können da halt noch überspringen. Aber so sieht schon klasse aus. Wahrscheinlich werde ich aber hier auch noch Hochzimmern komplett aus Glas machen. Na, ich habe die Möglichkeit gegeben, hier reinzuspringen. Uh, der Handschuh. Er welkt. Doch, das reicht noch genau. Geil. Eine schöne Glasfront. Und das hier wird, hier kommt ja noch ein Boden rein, ne? Also ich glaube, das wird ganz schick. Weil so ist zu viel. Und so, äh, zu viel weiß. Doch, das sieht schön aus. Guti, dann mache ich hier eine kleine Pause. Ich habe schon wieder viel länger gespielt, als ich eigentlich wollte. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das Video kommentiert, teilt und liked. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Vielen Dank.